Wir sind die Volleyballer vom STV Wiel und unser grösster Highlight vom letzten Jahr war der Aufstieg in die Erste Liga und das vierte Mal in Folge den Schweizer Meistertitel der Kantonalmeister zu gewinnen. Den Aufstieg in die Erste Liga haben wir geschafft, weil wir erfahrene Volleyballer kombiniert haben mit unseren jungen Wilden. Das war unser Erfolgsrezept vom letzten Jahr. Im Verein haben wir beschlossen, längerfristig in die Nazi B aufzusteigen und Spitzensport zu betreiben. Darum haben wir uns auch schon für diese Saison verstärkt mit guten Spielern. Nazi B ist unser Ziel, dass wir den Jungen Perspektiven hier in Wiel geben können, wo wir früher noch bessere Klubs abgeben mussten. Mit dem neuen Trainer und dem neuen Spieler ist das Ziel realistisch für die nächste oder übernächste Saison. Ein Wielwerb